ok halt doch mal stille so onkel ja man genau so ok ja kann jetzt sein dass du gekleckert hast ja habe ich mit absicht ich war sechs stunden im jahrten habe mit dem wasserhahn rum gespielt hat die schläuche alle fein gemacht habe um ganze haus ringsrum alles schön bewässert gesessen kaffee getrunken hier guck mal mit kapern muss immer extra kapern ja ja man kapern ich muss diesen weg jetzt ganz alleine gehen andere tanzen in den mai ich schmatze in den mai onkel onkel na denn onkel ja dampft ja die glocken schlagen es dampft guck mal so sieht tatig aus so muss es sein jetzt wie sich wieder richtig funktioniert ich habe es perfektioniert gemüse rauf fleisch rauf so darauf fertig onkel ja was ist denn da los was sich bewährt hat wird weitergeführt es gibt reis baby ich habe lecker reis gekocht tanz doch für mich tanz für mich in den mai blubbert ne diesmal blubbert nicht rauchzeichen was ist ja rauchzeichen ja du verstehst schon rauchzeichen ich sehe gar nicht dass man dill wo rauchen kann ne du denkst du wieder völlig falsche ecke meine güte du onkel ja die kommt mir so bekannt vor ich hatte den kühlschrank gepackt die dill und das eingeleiste und die tomaten und der basilikum und noch mehr dill und hier kapern nur gut 3,5 prozent leider nur aber ich habe was spannend mit dran gemacht und hier joghurt und schmand und dill pfeffer und salz natürlich backen wir braten wir die nacken steaks in lecker kokosöl was denn sonst kokos setz meine güte deckel rauf glücklich sein die in tanzen in den mai ich nicht ich mampfe in den mai die in tanzen in den mai ich nicht so gut die in tanzen in den mai ich nicht so gut die in tanzen in den mai ich nicht so gut die in tanzen in den mai ich nicht so gut die in tanzen in die 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 tanzen in